Hallo zusammen, herzlich willkommen wieder zurück. Heute habe ich ein Boy Surprise und heute machen wir die zusammen auf. Guck mal, hier ist schon ein Junge und hier guckt schon immer auch so ein Breist. Und jetzt habe ich noch ein Breist. Und jetzt habe ich noch ein Breist. Ruh, 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 Ruh. Hier schon ein Sticker rausgekommen. Da haben wir schon ein kleines Blatt gefunden. Auch ein kleines Blatt. Auch ein kleines Päckle. Hier kommt schon mal eine Leitung raus. Und hier ist immer der Junge. Dann nehmen wir dieses kleine Päckchen. Das sind seine Klamotten. Das ist seine Tränkflasche. Und das sind seine Schuhe. Und jetzt gucken wir mal an der Junge. So sieht der Junge aus. Gucken wir mal an. Erstmal ziehen wir ihn an. Jetzt nehmen wir ihm seine Schuhe an. So sieht der Junge aus. Warte, wir stellen lieber hier drauf stehen lassen. So sieht er aus. Und wie heißt der? Gut. Hier sieht man den Junge. Warte. Der da. Und. Ah. Ich hab noch ganz vergessen. Und hier. Und hier. Das ist auch der Deckel. Den kann man auch hier zu machen. Und jetzt mal gucken. Hier. Das ist wie so eine Tasche. Mit so eine Runde. Da kommt der LL vor. Ist drauf. Wickelt jetzt. Hätte ich ihn jetzt fest. Blasche. Geh jetzt mal ran. So. So. Lassen wir ihn halt so stehen. Am. 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 Am anderen Video. hatten wir ja den Jungen. Und. Bei den. Haben wir nicht gewusst. Ob das hier vorne hin kommt. Hinten. 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 Hinten hin getan. Das hier. Das andere. Vorne. Hier. Da. Seht ihr nochmal alle. Alle LL Boys. Alles. Und. Und. Was braucht man noch? Die Stickers. Bloß Wasser. Lasst mir ein Like da. Und. In die Kommentare. Und lasst mir einen Daumen da. Tschüss.